Willkommen im Racecraft-Stadion. Hier findet die größte Renn- und Baushow des Jahrhunderts statt. Ich bin Clint und hier bei mir ist Bob. Schnell Racecrafter, in die Arena, die Fans warten. Hier werden die Baufähigkeiten auf die Probe gestellt, nicht wahr Bob? Darauf kannst du dich verlassen, Clint. Fangen wir einfach an. Das hier ist deine Startlinie. Sie erzeugt Energie für deine Strecke. Verbinde Streckenteile mit der Startlinie, um Energie zu erzeugen. Auf der Batterie dort oben kannst du die aktuelle Energie deiner Strecke sehen. Wow, was war das? Das ist eine Überladungszelle, Clint. Wenn du deine Strecke auf Überladungszellen baust, erhältst du sogar noch mehr Energie. Mehr Energie, mehr Belohnungen. Benutze sie unbedingt. Noch eine Überladungszelle. Bauen wir dorthin. Oh, jetzt kommen die Rampen. Das wird ein Fest. Ich hab es schon einmal gesagt und ich sag es nochmal. Ohne einen Stunt siehst du kein Land. Oh, da hast du recht. Das ist großartig. Du weißt, wie man's macht, Racecrafter. Das ist es, Racecrafter. Du hast einen Funken. Das sollte genug Energie sein, um deine Strecke auszuprobieren. Schließen wir zuerst diese Schleife. Gut gemacht. Jetzt besorgen wir dir einen fahrbaren Untersatz. Meine erste Strecke wird wirklich eindrucksvoll. Bald wirst du legendäre Strecken bauen. Das kannst du glauben. Racecraft-Autos werden durch das Licht der Rennstrecke angetrieben. Du musst es im Motor kondensieren, indem du die Los-Taste drückst. Steig aufs Pedal, Racecrafter. Also das ist ziemlich cool. Der neue Turbostoß. Ruhl dir genug Licht und ab geht die Post. Hast du das gehört, Racecrafter? Zeit für den Abflug. Wow, das ist irre. Aber hallo. Letzte Runde. Die Spannung ist kaum auszuhalten. Die Menge tobt. Ein guter Probelauf, Racecrafter. Erster Platz. Hör gut zu, Racecrafter. Das hier ist ein Energiekern. Energiekerne können coole Gegenstände erschaffen, wie Streckenteile und Auto-Upgrades. Um sie zu aktivieren, musst du sie allerdings zuerst mit Funken füllen. Du erhältst Funken, indem du Rennen gewinnst und Rekorde brichst. Aber vor allem, indem du energiegeladene Strecken baust. Verstanden, Bob? Machen wir weiter mit der Show. Neuer Rekord. Das sind genug Funken. Hol dir jetzt deinen Energiekern. Ein neues Streckenteil. Gefällt mir. Siehst du das, Bob? Ja, Clint. Diese Saison gibt es eine Menge Energiepreise zu gewinnen. Racecrafter können sich freuen. Für jedes Auto gibt es eine eigene Sammlung zum Freischalten. Jetzt bin ich offiziell aufgeregt. Budge Studios präsent Transformers Rescue Bots Hero Adventures Was hier durch die Luft fliegt, ist Nova. Wir wollen die Luftflie und die Luftfläche, ist ein neues System. Wir wollen die Luftfläche, ist ein neues Streck. Das ist ein neues Hubschraining. Wir wollen die Luftfläche, ist ein neues Streck.